So, wir dürfen heute natürlich nicht vergessen, wenn wir das negativ mitnehmen, dass wir auch in Richtung Satan gehen. Und nicht wie das letzte Mal, dass wir hier in die falsche Ebene gehen. Möchte ich haben. So, jetzt nur nicht mehr aufmachen, als ich eigentlich möchte. Ähm, hätte ich eigentlich gerne. Das ist der Joker, kommt, nehmen wir. Oh Mann. Was soll denn der Kack hier? Na, das hat mir jetzt auch wieder was gebracht. Oh Gott. Der war der... Oh Gott, die Notch-Pick-Aggs hier. So. Ähm. Hallo? Danke. So, und dann einmal kurz warten. Und jetzt durch. PhD. Das ist doch schon mal nice. Hm, das ist jetzt wieder so eine gute Pille. Tele-Pille, ne? Tele-Pils? Äh. Ah. Das ist nicht gut. Ich bräuchte eine Tiers-Upgrade-Pille. Vor allem wegen dem hier. Ich musste das jetzt usen, ne? Ich musste. So, es könnte eventuell hier der Geheimraum sein. Nee. So, was hätten wir hier? Oh, das ist nice. Was? So, einmal durch hier. No, 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 no. Nicht schön. Gar nicht schön. Ja, komm her. So, ähm. Die Totenköpfe werden wir uns gleich mitnehmen. Um eventuell da vielleicht ein Herz rauszukriegen oder eine Karte. Die Emperor. Hm. Hm. So, nehmen wir uns das noch mit. Oh. Guck mal. Herz. Nee, 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 nee. Nicht ihr. Nicht die Girlings. Kann die nicht leiden. Sag ja, zum Glück, zum Glück machen wir wirklich gerade einen heftigen Schaden. Oh, nee. Das auch noch. So ein Fussel. Wir haben nur noch drei Schlüssel, ne? Egal. Ja, das war's mit den Schlüsseln. Jetzt haben wir zwar Bomben im Überfluss. Aber nützt uns nichts ohne Schlüssel. Die eine Kiste würde ich trotzdem gerne noch mitnehmen. So, ähm. Komm mal her, du. So, dann müsste jetzt eigentlich noch zwei so komische Dinge hier da sein. Gut. Karte. Das ist ein Magican. Ach Gott. Kommt auch nichts Anständiges bei rum irgendwie, ne? Nicht wirklich. So, dann würde ich sagen, geht's zurück, ne? Fuh, 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 fuh. Oder dass wir hier vielleicht mal einen blauen Stein oder so finden, ne? Nö. Und da war doch einer. Ich hab nix gesagt. So, jetzt würde ich mich sogar prinzipiell über ein Tears-Upgrade beim Boss freuen. Der Headless Horseman. Oh, das wäre ein Flug-Item, ne? Boah, wir machen halt mit dem Buch gerade so immensen Schaden, ne? Oh. Kommt, wir probieren's. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen, ähm, Damage-Upgrade. Aus irgendeinem Item oder keine Ahnung. Oh, das ist endlich mal wieder so ein bisschen hell. Schlüssel. Hier haben wir nix. Tears-Upgrade. Oh, dankeschön. Zeit ist es geworden. Ähm, Moment, hier könnten wir eventuell noch ne Tears-Upgrade-Pille rauskriegen. Tears-Upgrade. Tears-Upgrade. Full-Health. Tears-Upgrade. Reinshot-Upgrade. Äh, und dann würde ich fast sagen, ich werde mir die Full-Health-Pille mitnehmen. Die bringt mir mehr als, ähm, die... Wie sagt's mir? Ach du Scheiße. Jetzt, jetzt geht's hier ab, ne? Das ist, das ist fast so gut wie ein Damage-Upgrade. Wollen wir uns die mitnehmen? Kommt, machen wir. Die Left-Hand. Also der Schaden hätte gerade nicht sein müssen. Definitiv nicht. Jetzt sind wir flott unterwegs hier. Bin echt mal gespannt, ob wir hier, ob wir hier, ähm, bis zum Ende das schaffen. Moment, da seh' ich was. Eventuell der Small Rock noch? Ne, schade. Das... Oh, Two-Shot. Two-Shot in der Kombi ist sicherlich auch nice. Okay, den Schaden, den konnte ich jetzt wirklich nicht verhindern. Das ging nicht. Das ist heftig. Möchte ich da rein? Da könnte prinzipiell noch ein Item drin sein. Nee. 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 Nee, die tote Katze... Mm-mm. Will ich nicht haben. Destruction. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir haben so viel Bomben und können damit genug Destruction machen. Oh, da wär' die Purse. Ähm, oh Gott, das hätt' ich eigentlich gerne... Gucken wir mal, vielleicht finden wir noch ein bisschen Kohle. Ähm, warum hab' ich jetzt hier gerade Damage bekommen? Ich nehm' schon wieder Schaden. Hi Mom. Ähm, den ich nicht haben möchte. Scheiße. So, hätten wir gepackt. Nehmen wir uns das Negative mit. Nee, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Drei Herzen sind dann doch ein bisschen wenig für Satan. Was ich jetzt noch gerne hätte, wären so ein, zwei HP Upgrades über Pillen oder so. Das wär's jetzt noch so. Ein, zwei HP Upgrade Pillen. Das wird mir jetzt noch gut tun. I found Pills. Na klar, springt mir doch einfach mal ins Gesicht, weil ihr's könnt, oder wie? Äh, kurz gucken. Steinchen. Nope. Oh Gott, es war so klar. Es war so klar. Oh, das ist wieder so ein Raum, ne? Den ich eigentlich nicht haben will. Oh, das ging ja gerade noch mal so gut. Oh, ne. Stirb. Oh, ne. Das ging flott. Das ging echt flott. Oh, kommt. Geht einfach sterben. Bin ich hier vielleicht sogar richtig? HP Upgrade. Yes. Irgendwie ja nicht, hab ich so das Gefühl. Noch eine. Warum kann das nicht immer so laufen? Ey, stirbst du vielleicht mal? Er trollt mich, ne? Er trollt mich. Sehr schön. Sehr schön. War's gar nicht so schlecht, dass ich hier hochgegangen bin. Mein Schlüssel. Es könnte sogar prinzipiell echt was werden. Sollte ich jetzt nicht noch einen absolut miesen Raum kriegen und ich mich absolut doof anstellen, was ich auch gern ab und zu mal mache. Mysterious Paper, ne? Ich hätte gern das hier. Müsste das eigentlich irgendwie klappen, ne? No, 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 no. Okay, der Raum sollte einfach werden. Oh, zum Glück kann ich hier fliegen, ne? Das ist so angenehm. Ich glaube, es war eine der guten Entscheidungen hier. Oh Gott, Blaze, bleib doch stehen, ne? Bleib doch einfach stehen, weil du's kannst. Warum bin ich jetzt eigentlich hier nochmal reingegangen? Obwohl ich hier gar nicht rein hätte gemusst. So, einmal hier lang. Wisst ihr was? Da knallen wir einfach mal einen rein. Und bitte nicht die rote Kacke mitnehmen. So, hier eventuell nach unten. Oh, scheiße. Hör mal, wo muss ich, wo muss ich hier hin, ne? Wahrscheinlich irgendwo links nach oben. Ich seh's schon kommen. Ach, hier direkt. Oh. Voll dran vorbeigelaufen. Hallo Mama Gerdie. Ah, ich werde mir ja Doppelboss. Weil es wäre dennoch geil, hier das Buch zu haben, ne? So, ein HP-Upgrade. Und jetzt noch ein Damage-Upgrade. Ach, hier kriegen wir wieder nur Mist, ne? So, hier schön einen mit der Sense-Klatsche. Komm wieder, komm wieder her. Oh, der war schlecht. Gut, wir müssen nach unten diesmal. Ganz wichtig. Vielleicht packen wir das heute sogar, dass wir die Judas auch abgeschlossen haben. Das wäre natürlich epic, ne? Na super, komm mal her. Brauche ich ein bisschen Platz. Nur ein ganz klein wenig. The Hermit, ne? Wir haben hier sicherlich viele Shops, ja? Boah, diese Dinger, ne? Warte mal, wir haben 18 Bomben. Und wenn da nur irgendwo ein Herz drin ist, dann wird sich das schon lohnen. Oh, Gluten-Tony. Tschüss, Gluten-Tony. Ich hätte vielleicht das halbe Herz mitnehmen sollen und mir das eine vielleicht aufheben sollen. Für sowas zum Beispiel. Irgendwo so ein farbiges Stein. Oh, guck mal, Spawn. Wir heben es mal auf. Vielleicht, vielleicht, keine Ahnung. Können wir da noch irgendwie was draus basteln? Oh, die Greets müssen sterben, wollte ich eigentlich gerade sagen. Kriege ich jetzt eine Steam-Sail, ne? Und schon ist es soweit, dass ich eigentlich gerne das eine Herz gehabt hätte. Oh, Gott. Oh, dass ich jetzt noch kein Schaden gekriegt habe, ist ein Wunder. Und da war der Schaden. Also, wie es aussieht, darf ich meine Full-Health-Pille relativ bald nehmen. Ja, ich denke auch. Hallo, Satan. Komm mal auf die Seite rüber. So, schön hier im Kreis kalt, ne? Oh, gut. Diesmal, nein, diesmal nicht die Full-Health-Pille vergessen. Es ist zwar wirklich schade, dass ich die jetzt nehmen musste, aber vielleicht kriegen wir noch eine. Keine Ahnung. So. Was hätten wir hier? Fliegen. Spinnen. Lemon Party. Tele-Pils. Tele-Pils. Nehmen wir uns die Lemon Party mit. Was bringt mir der jetzt eigentlich gerade? Oh, Gott. Zweimal treffen lassen. Und ich sehe meine Herzen nicht. Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir kriegen noch irgendwie was, was wir brauchen können, ne? Diese Bomben, ne? No, 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 no. Boah, zu viel Schaden, zu viel Schaden, zu viel Schaden. Aber ich wollte den Run jetzt eigentlich schon schaffen, ne? Und jetzt mache ich hier wieder so einen Scheiß. Würdest du jetzt bitte sterben? Danke. Oh, Mann. Gib mir doch noch eine Full-Health-Pille. Und weil mir die, im Moment, ehrlich gesagt, gar nichts bringt. Weil ich meine Herzen auch nicht sehe. Oh. Man kriegt ja aber auch keine Herzen, ne? Hm. Oh, der, der, der war jetzt wirklich fail, ne? Also, ach du Scheiße. Oh, Mann, es lief so gut, es lief so gut. Na gut. Hat irgendwie nicht sollen sein. Ähm, zum Schluss das auch mit der, mit der Nicht-Herzanzeige, dass ich die Full-Health-Pille noch nutzen habe müssen, ne? Die hätte ich für hier gebraucht. Ähm, aber naja, ne? War kein schlechter Run. Wir probieren es einmal das nächste Mal nochmal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac Rebirth. Willkommen zu Vielen Dank.